Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird auf dem Marktplatz Ebay Pflicht. Denn seit der neuen Verkündung hat uns Ebay gesagt, wer bis zum 1. Juli 2021 die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dem Marktplatz Ebay nicht zur Verfügung stellt, dem wird sein Konto gesperrt. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns in diesem Video an, was es mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer überhaupt auf sich hat, wo wir diese beantragen können und wie du diese deinem Ebay-Konto hinzufügen kannst. Lass uns das Ganze anschauen, bleib bis zum Schluss dran, es wird super wichtig. Lass uns über die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sprechen oder kurz gesagt Umsatzsteuer-ID. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay und solche Themen wie zum Beispiel Steuern, Unternehmertum, Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Gib dem Video bitte jetzt schon mal einen Daumen hoch, so würden dir weiterhin solche Videos empfohlen und du bleibst immer auf dem Laufenden. Schauen wir uns an, was es denn mit der Umsatzsteuer-ID auf sich hat, warum hat das Ebay jetzt eingeführt, denn vorher war das bei Ebay keine Pflicht. Wir mussten einmal die Bescheinigung nach § 22f Umsatzsteuergesetz einreichen, die Umsatzsteuer-ID, die wir jetzt einreichen müssen, ersetzt das Ganze, dementsprechend muss diese aber zur Verfügung gestellt werden. Ich habe in dem letzten Video angesprochen, die Neuerungen, die uns Ebay hier zur Verfügung gestellt hat. Wenn du mehr dazu sehen willst, dann blende ich dir das Video hier oben in der Infobox ein oder unten in der Beschreibung, kannst du gerne nachschauen. Ansonsten alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle und zeigen werde, findest du auch unten in der Beschreibung. Warum möchte Ebay denn jetzt von uns eine Umsatzsteuer-ID haben? Die haben das Ganze verpflichtet, ab dem 1. Juli soll die Umsatzsteuer-ID Ebay zur Verfügung gestellt werden, wenn du gewerblichen Handel auf Ebay betreibst, sonst kann dein Konto gesperrt werden. Ganz wichtig jetzt, wenn du Kleinunternehmerregelung anwendest und bis jetzt mit der Umsatzsteuer-ID nichts zu tun hattest oder wusstest, dass du mit der Umsatzsteuer-ID nichts zu tun haben musst, gilt dies leider auch für dich nun. Denn auch Kleinunternehmerregler, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, müssen die Umsatzsteuer-ID beantragen und Ebay zur Verfügung stellen. Warum macht das Ebay? Denn Ebay hat nun Auflagen bekommen von den Finanzbehörden, Umsatzsteuer zu kontrollieren. Das heißt, die fragen gewisse Umsätze nach, die können alles prüfen, also die Finanzbehörden. Und Ebay muss den Finanzbehörden das Ganze zur Verfügung stellen. Und mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer können die das auch, weil alle Umsätze, die du über Ebay generierst, werden über die Umsatzsteuer-ID erfasst und können so von den Finanzbehörden auch kontrolliert werden. Deshalb ist es nun Pflicht geworden und muss bei Ebay eingereicht werden. Wenn du natürlich genau Informationen zu der Umsatzsteuer-ID haben möchtest, dann kontaktiere bitte einen Steuerberater. Der wird dir da genaue Informationen geben, die auf dich auch genau angepasst sind. Ich bin wie gesagt kein Steuerberater und kann den auch nicht ersetzen. Dennoch möchte ich dir zeigen, wie du das Ganze machst und wo du das Ganze beantragen kannst. So, Bundeszentralamt für Steuern ist eine Seite, blende ich dir auch unten in der Beschreibung ein. Kannst du dir gerne anschauen. Hier haben wir ganz viele Fragen zu der Umsatzsteuer-ID und die Antworten dazu natürlich auch. Wichtig ist zu wissen, wenn du die Umsatzsteuer-ID beantragt hast, diese müssen auf deinen Rechnungen auch ausgewiesen sein. Die muss unten klar erkennbar sein und dementsprechend muss sie auch ausgewiesen sein. Kurze Information zu der Umsatzsteuer-ID. Mit der Umsatzsteuer-ID kannst du als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer, Verkäufer aus dem Ausland, heißt also innergemeinschaftliche Lieferung, Umsatzsteuer frei beziehen. Das heißt, du hast einen Kontakt aus dem Ausland, mit dem du zusammenarbeitest. Wenn du ihm eine Umsatzsteuer-ID zur Verfügung stellst, dann kann er dir eine Rechnung bzw. Ware ohne die Umsatzsteuer, die für das jeweilige Land gilt, verkaufen. Das heißt, du bekommst die Ware günstiger im Sinne von ohne die Steuer, so kurz nebenbei dazu gesagt. Wie gesagt, alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, kannst du unten in der Beschreibung auch nachlesen. Hier hast du ganz viele Fragen und Antworten dazu dementsprechend. Sind dir manche Dinge dennoch unklar, kannst du gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde dir versuchen zu helfen. So kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Wo beantrage ich die Umsatzsteuer-ID? In erster Linie kannst du die Umsatzsteuer-ID mit dem Steuererfassungsbogen beantragen, den du bei deiner Gewerbeanmeldung mit an das Finanzamt übergeben musst. Da gibt es ein Häkchen, was du ankreuzt und da bekommst du dann eine Umsatzsteuer-ID hinzugewiesen. Nun ist es so, wenn du damals Kleinunternehmerregelungen hast, hast du die eventuell nicht benötigt oder nicht beantragen wollen, dann kannst du es jetzt im Nachhinein tun, was du auch musst. Um weiterhin bei Ebay zu handeln. Und diese Seite habe ich dir unten, wie gesagt, auch in der Beschreibung verlinkt. Klickst du drauf und hier machst du den Antrag zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Du suchst dir dein Bundesland aus. Ich habe hier mal eben Berlin gewählt. Der nächste Punkt ist, bei welchem Finanzamt werden deine steuerlichen Dinge geführt? Das müsstest du ungefähr wissen, wenn du schon mal eine Steuererklärung gemacht hast oder wer für dich zuständig ist. Ansonsten reicht es, wenn du dein Finanzamt eben kontaktierst und fragst, welches Finanzamt ist denn für mich zuständig? Dann wählst du demnach das hier aus. Wenn du dann dein zuständiges Finanzamt ausgewählt hast, werden die ersten beiden Felder schon mal ausgefüllt. Und dann musst du nur noch deine Steuernummer ergänzen, die du auf deinen steuerlichen Unterlagen finden kannst. Du hast sicherlich schon irgendwas vom Finanzamt bekommen. Da findest du auch die Steuernummer. Demnach werden diese schon ergänzt und du musst nur die restlichen Zahlen hinzufügen. Und dann der ganz wichtige Punkt ist natürlich deine Rechtsform deines Unternehmens. Hier musst du natürlich wissen, was du bist, wenn du einfach nur eine Gewerbeanmeldung hast, also ein Einzelunternehmer bist. Dann reicht es, wenn du hier sonstiger Einzelgewerbetreibender anklickst. Und dann hast du hier die Möglichkeit, deinen Vor- und Nachnamen einzutragen, Geburtsdatum und eine E-Mail-Adresse. Am Ende steht hier nur noch ein Häkchen und zwar für eigenes Unternehmen. Das heißt, wenn du selbst das Ganze beantragen möchtest, dann ist das hier schon mal vorangehakt. Wenn das der Steuerberater für dich beantragt, was er natürlich auch kann, dann wird das hier unter für Mandanten angekreuzt. So, dann kannst du das Ganze hier nämlich ausdrucken und das Ganze hier als PDF dann dir herunterladen. Und diesen Anmeldebogen, den schickst du dann deinem Finanzamt zu, was für dich zuständig ist, postialisch. Denn auch die Umsatzsteuer-ID wirst du auch über den Postweg erhalten. Das heißt, es wird nicht per E-Mail irgendwie mitgeteilt oder wie auch immer, sondern nur auf dem Postweg. Das heißt, per Brief nach Hause und da wirst du deine Umsatzsteuer-ID bekommen. Beantrage das Ganze rechtzeitig, sodass du auf jeden Fall vor dem 1. Juli 2021 deine Umsatzsteuer-ID hast. Sonst kannst du da Probleme geben und eine Kontosperrung drohen bei Ebay. Okay. Kurz noch zu den Kosten. Das Ganze zu beantragen kostet überhaupt nichts. Also ganz komplett kostenlos und demnach ist es super einfach. In der Regel, meiner Erfahrung nach, zwei bis drei Wochen solltest du dann deine Umsatzsteuer-ID bekommen. Vielleicht kann es auch mal vier Wochen dauern. So. Kommen wir noch zu dem Punkt, wo fügen wir denn die Umsatzsteuer-ID bei Ebay ein, so dass wir da auf der sicheren Seite sind. Und zwar, wenn du dann hier oben gehst auf Kontoeinstellungen. Dann kommst du zu diesem Fenster hier, dann Kontoeinstellungen und dann auf Einstellungen. Und dann, wenn du dein gewerbliches Konto natürlich so auch gewerblich führst, gehst du ein bisschen weiter runter und hier haben wir die Steuer-Identifikationsnummer bearbeiten den Punkt. Und hier klickst du dann auf Bearbeiten rechts und hier hast du dann die Möglichkeit, deine Umsatzsteuer-ID hinzuzufügen. Du wählst dein Land aus, dann wird schon mal das DE vorgeschrieben und dann musst du nur noch die Ziffern eintragen. Hast du mehrere Steuer-IDs, dann kannst du das Ganze hier nämlich hinzufügen. Oh, da hat er schon. Also er prüft direkt schon, wie wir sehen, ob eine Umsatzsteuer-ID gültig ist. In der Regel, oh, die ist sogar gültig tatsächlich. Hier kannst du dann zum Beispiel, wenn du auch für Österreich eine beantragt hast, was du natürlich nicht musst, kannst du hier auch weitere Umsatzsteuer-IDs hinzufügen bei Ebay. Und die Umsatzsteuer-ID wird dann auch in deinem Impressum unten bei deinen Angeboten angezeigt. So bist du dann auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht vergessen, die Umsatzsteuer-ID muss dann auch auf deinen Rechnungen aufgeführt werden. Das ist dann rechtlich auch Pflicht. Und sonst war es das eigentlich dazu. Wie gesagt, wenn du genaue Informationen brauchst, dann kontaktiere einen Steuerberater. Der wird dir das Ganze dann natürlich ein bisschen genauer erklären können. So viel von mir. Wenn du solche Videos nicht weiter verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und wenn du es noch nicht getan hast, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. So wirst du, wie gesagt, deinen Algorithmus einstellen und weitere solche Videos bekommen. Und hilfst auch anderen dabei, weil du anderen dieses Video empfiehlst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Verkaufen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.